Ja, horchermachen dazu. Wir kommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The Old Blood. Diesmal wieder mit dem Endboss. Wir probieren es erneut. Vielleicht wenn wir eben am Anfang, also als erstes gehe ich mal wieder hoch. Das war, das war glaube ich gar nicht so verkehrt. Dann versuchen wir das von hier oben. Und jetzt wenn ich, jawoll. Wenn ich am Anfang ein wenig den Gunst der Stunde nutze. Das macht er eher für mich quasi. Mach dich kaputt. Oh. 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 Okay. Mist. Sehr gut. Ein bisschen zu spät. Sehr gut. Au. Okay. Haben wir noch Munition? Nee. Dann gucken wir uns mal den hier. Au. Okay. War nicht drüben noch? War nicht so ungeschaut? Ja. Komm her, komm her, komm her. Oh. Ich hab doch kurz. Einfach pütteln. Einfach pütteln. Au. 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 Oh. Oh, shit. Au. 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 Ahem. Ahem. Ow! Was? Kaputt? Das war jetzt gar nicht so schwer. Also es war schon schwer, aber nicht so schwer wie ich zunächst befürchtet hatte. Helga sagte. Okay. Ach, da hätten wir auch rein gekonnt, ne? Könnt man so sagen. Hätte ich dich erschießen müssen vorher? Du hast nicht kapiert. Sie hatten nie die Kontrolle. Oh, oh. What the fuck? Oh, oh. Scheiße. Scheiß Tote einfach überall. Ah. My man. Helfen Sie mir, Sie fauler Hund. Wie geht's dem Kopf, Blesko? Wie haben Sie mich gefunden? Ich habe einen Notruf von Pippa bekommen. Haben Ihre Leiche gefunden. Wesley haben Sie auch, Fergus. Scheiße Verfluchte. Mmmh. Komm, junge Dame. Wir müssen dich hier wegbringen. Hey, hören Sie zu, Blesko. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Sie haben ganze Arbeit geleistet und die Akte gefunden. Jetzt wissen wir, wo Totenkopf Basis liegt. Ja. Wir wissen es. Können Sie das glauben? Ja. Wie wird es ein Traum? Etwas Wichtiges. Aber es ist weg, wenn ich aufwache. Es war nicht die Zeit für Träume. Ach, verflucht. Ich habe vergessen, aufs Klo zu gehen. Warum haben Sie mich nicht daran erinnert? Sehe ich aus wie Ihr Babysitter, Fergus? Ach, scheiß Traum. Was da? Sie haben es diesem Scheißmonster richtig gegeben, BJ. Aber das Größte ist noch da draußen. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, das Regime zu stürzen. Wir müssen sie nutzen, verdammt. Die verfluchte Welt zählt auf uns, oder nicht? Aber kein Druck. Bis auf meine verfluchte Blase. Das Monster stirbt nie, wie oft man es auch tötet. Es wechselt nur seine Haut. Verändert seine Gestalt. Ich fühle, wie das Gewicht der Welt auf mir lastet. Aber ich stimme mich dagegen. Ein letztes Mal. Dann ist Schluss. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Sagt es mir hier in Steam. Wunderbar, das war Wolfenstein The Outblood. Ach, das war doch schön. Und... Kurz und schmerzlos. Mit einem richtig oldschool Endboss. Schön. Okay. Jetzt fängt es an mit Musik. Da muss man... Da würde ich sagen, das war doch ganz nett. Auch wenn die Aufnahmen hier... Also wenn mein Let's Play ziemlich verhunzt war. Aber gut. Okay, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Mal gucken, was das wird. Bis demnächst. Tschö.